Willkommen zum letzten Part von dem Let's Play Projekt Splatoon 2. Schön, dass ihr nochmal einschaltet und wie angekündigt wird heute nochmal ein bisschen der Salmon Run gemacht. Einfach auch, dass ihr einen zweiten Part nochmal bekommt, weil das meiner Meinung nach echt der coolste Modus hier im zweiten Teil ist. Nehmen wir gleich mal los. Und ich habe halt auch noch alle Amiibo-Sets komplett, die ich euch einfach am Ende dann auch nochmal zeigen. Aber jetzt erstmal so, es ist ein neuer Tag, es spricht, es sind auch neue Waffen. Yeah, geil. Da sollen auch ein bisschen mehr Variants haben. Und wir gucken, ob wir auch eine neue Welt haben, die vielleicht ist eine andere als die vom letzten Mal. Mal gucken. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, hätte ich vorher nachgucken können, aber... Äh, Siedlungsruine. Ne, okay, doch, das ist die vom letzten Mal. Ups, naja, was soll's. So, auf jeden Fall haben wir genug Kollegen sofort gefunden. Geil. Legen wir mal los. Ach, der Modus macht Spaß. So, ich kenne alle Waffen außer eine, weiß ich nicht, wie die funktioniert. Ich guck mal. Ich gucke mal. Ja, genau, okay. Okay, leider keine neue Welt nochmal, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Simon Run. Vielleicht aber, weil ich ja jetzt mittlerweile des Monats bin, kommen vielleicht auch noch andere Modi, härtere. Mal gucken. So, ich hab natürlich gleich den, den ich nicht kenne. Oh, gleich steigt das Wasser. Okay, der Luna Blaster. Es kommt gleich so eine goldene Typen. Okay, der ist jetzt auf den Sack. Und ich hab natürlich so eine scheiß Intervallwaffe, ey. Die so richtig langsam ist, ey. So, aber okay. So, einfach rufballern. Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber die Waffe ist stark. Intervallwaffe. Jetzt muss ich mal ein bisschen. Oh Gott. So, ich helfe mal hier. Ich muss mal schön Rückendeckung geben, ne. Während die anderen irgendwie ballern. So, ich werde mich wieder aufladen. Einfach ballern, ballern. Okay, meine Waffe ist aber echt stark, glaube ich. Oder es liegt daran, dass wir alle auf einmal rufballern. So, oh Gott. Jetzt kommen sie auch noch von hier. Willkommen. Okay, ich halte den Gang frei. Oh, da kommt noch ein Goldener. Alter, du. So. Okay. Damit haben wir jetzt aber, guck mal, unseren Soll erfüllt. Alles klar. So, boom, boom. Ich halte einfach mal die Stellung. So ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Nur gut. Bin nämlich der Einzige, der sich storben, ist wahr? Alles egal. So, Hilfe, Leute. Hilfe. Okay. Alter. So, das Ding nehme ich mir noch mit. Verdammt. Nein. Mann, ich habe auch mein Special. Ich weiß, aber. Oh Gott, es muss nur einer da. Ernsthaft. Komm, Kumpel. Okay, super. 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 So. Hör mal. Oh Gott. So. Oh Gott. Alter. Oh nein. Bitte nicht sterben, Kumpel. Bitte nicht. Okay, er liegt noch. Nein, er ist schnitt gleich, oder? Okay, okay. Komm schon, Leute. Ja, gut. Oh Gott, schnell. Schnell. Doch, noch einer dazu, die Ballack. Oh Gott. Ah, schon wieder tot. Komm schon. Oh Gott, er liegt. Alter. So. Okay. Alter, wir haben dreimal so viel wie nötig. Ist das übel. So, okay. Sorry, die Waffe war, aber die Waffe ist halt... Wenn du jetzt halt hier... Siehst du, die Gegner sind alle schnell und du hast immer eine langsame Waffe. Tut mir leid, ich war jetzt ein bisschen, da bin ich zu ungeübt für gewesen. Aber es ist okay, es ist halt eine schöne Waffe. Alles klar. Also eine für mich bessere Waffe. Wo kommen sie? Die Kumpels? Äh. Oh Gott. Zu mir, Leute. Hier, da. Oh Gott. Wow. War noch so clean, der Typ. So. Okay, Achtung. Jöööö. Alles klar. Schön, du, der da hier, wenn ihr ballert. So. So, einer muss da abnehmen und den Typen aufhalten, der die Kugel gleich wieder einsammeln will. Oh Gott. So. So, Sumi, ja. Ja, okay, gut gemacht. Wissen wir doch. So, danke, Mann. Gut, die Stallung gehalten. Haut alle ab, ihr Säcke. Okay, stopp, hier, Mann, tschüss, Mann. So. Achso, Luftbomben. Ups, hat er gehabt. Oh Gott, nein, nicht so und viel. Oh, geil, tot. So. Okay, du sollst erfüllt. Jetzt muss ich überleben. Was machst du denn, der Diamant? Da kommt der Fette. Nimm, schlacht. Schuck. Das ist meine Kumpel in Ruhe. Meine Kumpels, hier müssen alle cool sein. So. Oh, der Duki. Nein, nicht der Typ. Okay. Oh Gott, erstmal noch alle seinen Schuss. Ist mir egal. So. Schönes Teamwork, Alter. Schönes Teamwork. So. Komm, das Doppelkriegen wir auch noch raus, hier. Müssen wir doppelte rauskriegen, Leute. Okay, oh Gott, Mann, nicht so ein Typ, ey. Vollsleyber! Ah, verdammt. So. Oh Gott. Okay, naja. Leider nicht mehr das Doppelte, aber Welle ist geschafft. Cool. So. So, jetzt kommt zu Papa. Wei. Letzte Runde, Leute. Mal gucken, was kommt. Okay, der Doppelkriegser ist auch cool. Der ist auch cool. Sehr schön. Steigt erstmal nochmal das Wasser. Aber nicht ganz so hoch. Okay. So. Tomi, ja. Okay, alles klar. Ja, aber irgendwie klar, dass sie da kommt. Mann, hier ist das so blöd. Man kann hier nicht schnell laufen. So, okay. Dann füllen wir jetzt mal jetzt an. Wow. So. Ich halte die ganzen Kleinen auf. Oder ihr macht die ganzen Kleinen, okay. So. Mann, ey, das ist so geil, ey. Ey, kriegst du mit Unterricht, das ist richtig Schiss. Och nein, nicht so ein Typ. Oh Gott, ey. Okay, wartet, wartet. Das ist meine Chance. So. Alles klar. Oh, über 10 müssen wir einsammeln. Oh, ich will ja nicht wissen, ey. Leute, könnt ihr immer gerne mal schreiben, weil das werde ich ja nicht mehr schaffen hier. Im Let's Play oder allgemein. Glaube ich nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Aber wie krass muss man denn sein, wenn man so richtig hohe Ränge... Oh Gott. Oh, fast übersehen, die Typen, ey. So, komm her. Hier, nimm ne Bombe. Oh Gott, was, wo, was? Nein. Warte, hier. Verdammt. Oh Gott, ey. Mann. Mann, der olle Typ, ey. Der olle Fisch hier, der olle Hai. Okay, den hab ich jetzt nicht kommen sehen. Tot. Kommt einfach so hinter mir an. So, okay. Hilfe, Mann. So, danke. Okay. So, alles erfüllt. Perfekt. So, du, oller Typ, stirbst. So. Oh, okay. Oh, komm, hier sind wir so dicken drinne. Oh Gott, geht das auf den Kaffee? Was macht der hier? Wenn die Füße an, die hauen ab. Wenn die Füße an, die hauen ab. Ist doch egal. Ist doch egal, wenn wir das nicht mehr Kaffeln. Jo. Okay. Leute, die müssen das nicht mehr schaffen, ne? Okay, gut. Letztes werden geschafft. Oh. Das wird geil. Das war's, Leute. Oh, ich freu mich. Oh. Okay. Boah. Achter, Leute, macht so'n Spaß. Alter, guckt euch die ganzen Punkte an, Alter. Boah, 54 Eier. Alter. Ich komm, heute bringe gute Bonuspunkte. Boah, tüchtig, tüchtig, Mann. Ihr würdet's mal wegbringen. Warte, ist, wenn man echt später mal irgendwie, ja, muss irgendwie 20 schaffen oder sowas. Alter, wär das übel. So, cool. Gleich noch eine neue Prämie. Und wir machen noch gleich einen neuen Job. Mal gucken. Also, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Mutterschiff noch gar nicht kommt. Dass irgendwie, weil, irgendwie gibt's halt noch so einen Händen, den hab ich auch noch nie gesehen. Irgendwie halt so einen richtigen Boss. Irgendwie. Und das ist so ein Mutterschiff, den hab ich noch nie gemacht. Kommt bestimmt vielleicht nicht als Mitarbeiter des Monats. Äh, darf man das vielleicht noch nicht machen, ne? Aber ich guck mal, wenn wir jetzt wieder so richtig gut abräumen, steig ja vielleicht einen Rang auf. Und vielleicht sehen wir dann noch ein bisschen was Actionreicheres, ne? Ein bisschen Action. So. Ui. Ähm. Ja, die sind pink hier. Ich hab wieder den Intervallballer-Dinger. Okay, Wassersteigen ist okay, aber bitte nicht wieder die schnelle Phase zuerst. Da bewegt man ein bisschen. Da kann ich leider echt mehr Deckung geben. Okay, ist nicht. Es kommen nicht die Schnellen. So. 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 Dumm. 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 Zu mir. Ich komme. Oh Gott. Äh. Äh. So. Du, dicke Sau. Was willst du? Oh. 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 Da sind ja richtig viele auch, ey. So. Schauen wir mal eine Kunde um. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich mach, glaub ich, echt nur kleinen Kram. Vielleicht überlasse ich den anderen, bitte, den einzusammeln. Oder wenn ich einen Schuss habe, Schusslicht habe, dann brauch ich mal so einen Ketten hier platz. Vielleicht ist das besser. So. Oh Gott. Die Reichweite ist ja auch mies, ey. Die Reichweite ist ja auch mies. Naja. Naja, wir sind gleich. Irgendwie ist da irgendwie so ein Typen überhaupt platzige. Ich muss hier ganz nah dran stehen. Oh Gott. Geil. Oh Gott. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Warte. Ich rechte gleich den Rücken. So. Okay. Äh. So. Oh. Da kommen sie, die Fetten. Also müssen wir uns beihören und können auch dazugeln. Oh. Oh. War das knapp. So. Hier, frisst die Bombe. Mann, ich lasse die mal runter, weil er die abballern soll. Nein. Okay, wir haben den Soll erfüllt. Heul geht jetzt einfach wieder ab, weil ich Angst habe. Alter, so haben die so einen Perlen hier. Alter, geil, Leute. Nein, sorry. Ich komme mit der Waffe nicht so ganz klar. Ich mag den nicht. Wow. Okay, Leute. Er verfolgt mich. Leute, kriegt den hin. Äh. Oh, falls er dreht einfach um. Nee, okay. Gut. Wir haben ihn erledigt. So. Ah, ja, ja. So. Wir töten dann. Das ist mein Ei. So. So einer hier vorne ist das Tod. Wo ist er denn? Da hinten, okay. Egal. Geschafft. Wer eins. So ist's geil. Cool. Einfach mal einen Freundensprung in die Luft. So, das habe ich wieder eine bessere Waffe für mich. Sehr gut. Okay. Wasser sinkt wieder, oder was? Ähm. Oder ist es gestiegen? Ist es gestiegen? So, die sind alles wieder gesunken. Okay, ein bisschen jeweils. Ich muss mal, wo kommen die jetzt? Ah, zu mir. Da, kommen sie. Okay. Stehen bleiben, Mann. So. Alles klar. Macht Spaß, ey. Ist so geil, der Modus. So. Und mit der Waffe hier kann man da doch mal ein bisschen Hut machen. So. Wow. Hat zu mir wo? Wo ist denn einer? Die sind alle hier. So. Hat der Knopf, oder was? Ach so, sie sind die falschen Knopfe zurück. Oh Gott, er ist ja so ein Knopf. Bitte nicht doch. Oh, jetzt klappt noch einen reingeworfen. Oder hat das geklappt? Nee, jetzt ist ein Typ. Leute, jetzt ist ein Typ. So, ich könnte auch zu mir rufen, aber... So. Okay, klappt. Oh Gott, zu mir, Leute. Die sind alle hier. So. Ich... Okay. So. Oh, ich bin ja... Oh, ich war fast alleine. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch einen. So, okay. Und den hab ich. Wum. Okay, gut. Den hab ich, glaub ich, gehabt. So. Alles klar. Alles klar. Alter, die sind zu viele und war eine krasse Runde, Leute. War eine krasse Runde, ja. So. Oh Gott. So. So. Ich helfe, Kumpel. Hilfe, ich helfe, Kumpel. So, helfe mir. Okay. So. Ende Welle 2. Cool. Yeah. Ich werde drücken zur Akku-Ballant. So. Okay, jetzt hat der Doppel-Kleckster. Letzte Welle. Oh nein, Wasser steigt wieder. Okay, okay, okay. Kopf ist ready. Wo kommen die jetzt? Ähm. Wo von hier nicht? Komm von da! Oh, die Kleinen sind scheiße, ey. So. Okay. Sehr gut, Leute. Ich baller den Dicken hier ab. So. Okay, hier habt alle. Oh Gott. So. Die, 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 die. Brauchen wir mal lange, ey. Aber die sind dick. Meine Waffe ist richtig stark. Hier fährt die Kleinen auch. Komm her, du Saut. So. Okay. Kumpel, alles klar hier? Leben noch alle? Leben noch alle? Oh Gott, zehn Stück einsammeln. Okay. Kriegen wir aber irgendwie hin. Oh, da, da. Wo ist denn? Da müssen wir mal Gegner kommen. Wo sind die denn? Wo zur Hölle? Oh, okay. So, ich halte die Kleine auf. Hier, haut ab da in die Säcke. Wow, hier ist so ein Laserfaser. Hier, einer fehlt noch. Warte, ich komme, ich komme. Ich lege ihn ab. So. Oh Gott. So. Verdammt. Was? Ich gucke mir her. Ja, warte doch. Wir kommen doch. So. Ups. So, alles erfüllt. So, okay. Ich tue mir eine Abwanderung. Special. Wo seid ihr Säcke, Mann? Oh. Ups. So. Oh Gott. So. Okay. Alles klar. Wow, wow, wow. Und ein so ein Fischmonster. So. Alter. Jetzt kommen wir aber noch mal raus hier. In den letzten Sekunden. Okay. Was? Füße schreiten? Absolut. Oh Gott. Da ist doch so ein Typ, Mann. Oh. Egal. Ich glaube, wir haben ihn durchgeschafft, oder? So. Voll geil. Äh. Äh. Sie waren nicht tot. Egal. Ach. Leute, Leute, Leute. So. Das war auch wieder richtig fett. 49. Ah ja. Ja, da kann man nicht klagen, ne? Mann, Herr Bär, wer sind sie? Oh Gott, die andere Waffe ist ja die Sniper. Auf der Jackenbock. Mit der bin ich auch nicht so gut. Okay. So. 160 Bewertungsrate. Und vielleicht wieder einen neuen Helm. So. Würde ich sagen, eine Runde machen wir noch. Einen neuen Job noch. Und dann zeige ich euch noch die Amiibos. Und dann ist der Part vorbei. Und auch das Let's Play, wie gesagt. Weil, ähm. Ja, also ich habe euch dann so meiner Meinung nach viel gezeigt. Natürlich nicht alles. Und weil es ist ja auch noch nicht alles vorhanden. Und deswegen, also, ja. Also der Story-Modus haben wir uns schön gezeigt. Ich zeige euch vielleicht noch die ganzen Amiibos. Ich habe euch die Modi so ein bisschen präsentiert. Die ganzen Rang-Modi und sowas alles. Also ich finde, es ist doch ein rundum schönes Let's Play-Projekt gewesen. Und ja, ich glaube, es ist wieder Verbindungsfähig. Wo war ich stehengeblieben? Ja, also, wie gesagt. Ich hoffe, dass das Projekt war für euch, ähm. Rundum schön. Ich weiß auch, dass der erste Teil von Splatoon ein bisschen länger ging. Allerdings, ähm. Ihr habt ja auch mehr zu tun, weil die Amiibos noch eigene Missionen hatten. Welche auch schon erklärt. Deswegen ist dieses Projekt ein bisschen kürzer. Aber, irgendwie war hier der Story-Modus aber länger. Tatsächlich. In Splatoon 2. Oder ich habe einfach länger gebraucht. Kein Urteil. Aber, äh. Wuppala. Was soll's? So, letzte Runde Salmon One. Ich habe wieder die Intervall-Waffe. Intervall-Waffe. Oh Gott. Mann, jetzt kommen schon wieder die Schnellen. Scheiße. Na gut, okay. Ich glaube, dann mache ich echt nur... Äh, und Nebel. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich mache dann echt nur Deckung. Ich mache nur Deckungsfeuer. Ah ne, okay, gut. Die sind langsam. Die sind langsam. Okay, gut. So. Oh Gott. Mann, schweiß ich. Die sind alle mega-vieh. So. Okay. Wow. Oh Gott, Leute. Nebel. Haben wir ihn auch noch nie gehabt, glaube ich. So, oh Gott. So stark ist die auch nicht, ey. Die Klingfiecher macht natürlich One-Shot-Down. Oh Gott. So. Hintenrum. So. Okay. Du-du-du-du-du. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich habe einen Nebelblick eigentlich jetzt echt eher geneigt, übelst vorsichtig zu spielen, weil, ähm, ja, weil, äh, okay, ja, weil, wenn wir das halt, ich will das ja einfach nur schaffen, überleben. Sprich, jetzt am besten einfach nur, äh, wegbleiben. So. Okay, alles klar. Wenn alle nochmal auf den Haufen kommen, mache ich nochmal mein Special, weil der richtig geil ist, was ich ja gerade habe. So, oh Gott. Hallo, haust du mal ab? Was ist denn los? Wo ist denn noch einer? Der schießt hier rum, ey? Oh, das ist eine Perle. Die gehört mir, mein Freund. So, okay, da ist wieder so ein Bombentyp, aber ich habe keine Lust auf den. Das ist mir jetzt zu riskant. So, dann fang ich den einfach mit dem Special fertig machen, ich glaube nicht, ne? So. Oh, dann willst du hin, hier nicht mein Kumpel, ist da auch nicht. So. Oh Gott. Okay. Warte, ich helfe dir gleich, Kumpel, ich helfe dir gleich. Du musst doch wieder auftauchen. So. Oh Gott, noch zehn Sekunden, Ben! Stimmt! Oh. Oh, ich wollte gerade mal jetzt Special machen. Mann. Na gut. Okay, und Special! Boah. Okay. Naja. Cool. Wow! Ach, so. Wie ist halt die olle Waffe schon mal weg? Gut, ist wieder den Kleckser. Okay, wieder der Wasserstand ändert sich. Los. Wie oder was wird er sein? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist bestiegene. Aha. Na gut. Du, du. Boom, boom. Ich finde die Farbgebung auch so geil. So orange und gelb. Ähm, orange und grün. Das ist richtig nice. Ja, okay. Oh Gott, nein. So ein Laser-Typ. Warte, ich schnapp ihn mir. Ich schnapp ihn mir. So. Oh Gott. So, den habe ich ja zwar erledigt, aber... Voll ins Wasser hier schubst. Okay, nicht schlimm. Ich bringe mir schon mal so eine Perle mit. Oh Gott. Und schrei mal ein bisschen um Hilfe. Ja. Okay. Sorry, Leute. Okay, das ist nochmal kalt. Was hast du, meine Freundin? Land, Mann! So, die sollen wir jetzt alle schön durch rein? Voll geil. Mann, die sind eurem Film. Haut ab. Und die Dicke ist auch gut. Oh, das ist ein Kumpel gestorben. Ich helfe dir, Kumpel. So. Ich hoffe, ich bin da wieder belebt. So. Einfach mal ein bisschen Party. So. Let's go. Ich meine, der alles fliegt da rum, ey. Getroffen. Und der Kumpel auch getroffen lebt. So. Oh Gott, der fällt ja hier rum. Wann können die hier rumfahren? Oh Gott. Eigentlich ist es nicht egal. Ich habe die letzte Kugel. Ich gebe sie ab und dann haben wir den Soll erfüllt. Oh Gott. Oh, die sind ja alle tot. Jo. Okay, Soll ist erfüllt, Leute. Ich glaube, wir würden... Die letzten zwölf Sekunden hau ich jetzt lieber nur ab, oder? Machen die vielleicht noch ein paar Punkte so. Ein bisschen kleinen Kram, Punkte, aber ansonsten... Ja, wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Ich glaube, echt das Wichtigste, das haben wir jetzt einfach geschafft. Ich habe dann wohl... So. Wälle 2 geschafft. Okay. Let's do Wave. Ich bin gerne mal spannend. Oh nein. Natürlich habe ich jetzt so ein scheiß Ding. Oh. Boah. Wat? Und jetzt kommen die mega schnell. Und ich habe wieder so eine langsame Aufladewaffe. Na, klasse. Okay. Vielleicht, äh... Wo ist wieder Backupper? Keine Ahnung. Oh Gott. Äh. Ich guck mal. Oh Gott, auch mit so einem scheiß Zoom. Oh, na, da kann ich überhaupt mal nicht klar. Äh. So. Okay. Ich kann auch ein bisschen normal mit den Dingern schießen. Gott sei Dank. So. Okay. Ich gucke hier. Zack. Alles klar. Okay, ich kann auch ein bisschen normal schießen. Ich gehe dann doch tatsächlich. So. Okay. Habe ich nichts gesagt? Wow. So. Gott, die kommt von allen Seiten, ey. So. Kumpel. So. Danke, Mann. So. Das kommt wieder. Schmehr uns aus. Du hast mich wohl in der Scheiße hier. So. Okay. Schnapp dir die eure Kugel. Okay. Oh Gott. Oh. Oh. Nein. Verdammt. Okay. Leute. Sorry. Ich hole mir die Kugel. So. Okay. Danke. So. Du bist auf engem Raum mit einer Sniper. Ist klar. Ich kann diese Teile nicht irgendwo hinstellen. Ich habe. Ich kenne nicht. Dafür kenne ich die Werte auch noch nicht genug. Dass ich irgendwie wüsste, dass ich mich hier hinstellen kann. Um hier irgendwie einen guten Sniperpunkt zu haben. Keine Ahnung. Nichts bestimmt. Aber. Den weiß ich jetzt nicht. So. Ich mache mal hier den Gang frei. Alter. Den Gang frei machen. So. Die haben wir aber auch geschafft. Gott sei Dank. So. Du hast mehr als die. Das doppelt ja eh. Die Erde. Nein. Oh Gott. So. Yeah. Wir haben das doppelt. Äh. Du 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 du. So. Alle freut euch heute. Freut euch mit hier. Ja. Die anderen bin nur. Was soll das machen? War da wohl so ein Job? Mir macht das keinen Spaß. Ich mache das nur für die Kohle. Na gut. Da waren wir doch gut abgeräumt ey. Schöne drei Runden. Schöne drei Matches. Neun Wellen. Alles erledigt. So. Steigt noch ein Rang auf. So schüttel ich. Doch. Yeah. Führungskraft. Yeah. Geil. Nochmal schöne Führungskraft geworden. Ist doch nice. So. Aber Leute. Das war es dann. Für den Salmon One. Oder. Salmon. Oder Salmen. Ist doch egal. Wie das heißt. So. Ich gucke jetzt noch schnell meine Belohnung ab. Zeige euch die Amiibos. Guck mal hier. Neue Splatfest steht schon wieder an. Genau. Da werden noch viele kommen. Ein Splatfest habt ihr ja auch im Let's Play gesehen. Also ja. Wie gesagt. Ich bin der Meinung. Ich habe euch echt schön viel zeigen können. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. So. Jetzt haben wir hier ja. Okay. Ein bisschen Geld. Und. Was ist das für eine Mütze? Ist die besser die ich habe? Hm. Hm. Ich finde die ja lokalig besser. Also ich behalte meine alte. So. Alles klar. So. Und dann halt jetzt. Guckt euch das an Leute. Die Amiibo Klamotten. Ich habe alle bekommen. Und ich muss nochmal kurz korrigieren. Also man kriegt ja von jedem Amiibo drei Sachen. Aber auch immer nur im Intervallen von zehn Online-Mitches. Also ihr kriegt eine Sache glaube ich beim ersten Mal scannen. So. Und dann müsst ihr erstmal wieder zehn Online-Partien machen. Dann kriegt ihr das nächste. Und dann müsst ihr nochmal zehn Online-Partien machen. Dann kriegt ihr das letzte. So ist das denn wohl. So. Mit die Exo-Rüstung. Und die Exo-Botten. So. Dann sieht man so aus. Richtig geil. Das ist aber noch eine Rüstung von früher. Ähm. Die neue Rüstung ist ja hier der. Ach ne. Genau. Doch. Das hier war die neue Rüstung. Das ist jetzt hier. Exo-Prototyp. Ach ne. Ich glaube ich habe das falsch gemacht. Äh. Ich habe das falsch gemacht. Moment. So. Ne. Ne. Warte. Das hier ist das richtige. Halt. Genau. Hier. So. Das ist jetzt komplett Exo. Genau. Exo-Rhelm. Exo-Rüstung. Exo-Stiefel. Das ist die alte von damals. So. Jetzt muss ich die Prototypen-Rüstung erstmal machen. Oh Gott. Ja. Das wird sich halt so ähnlich. Sorry. So. Das ist halt irgendwie die neue Rüstung. Prototyp. Alter. Richtig krass. Schön glitzer glitzer. Voll nice. So. Dann haben wir aber noch eben hier das Samurai-Outfit. Hier. Zack. Oder was? Nein. Samurai. Und die Samurai-Botten. So. Genau. Samurai-Helm, Rüstung und Botten. Sieht irgendwie auch sehr eindrucksvoll aus. Richtig krass. Okay. Dann haben wir aber noch hier jetzt mal auch was ganz Neues. Wo sind denn Ninja? Genau. Ninja-Stiefel. Und Ninja-Rüssi. Und die Ninja-Kapuze. Yeah. Genau. Anrüstung. Alles klar. Voll cool. Auch nicht schlecht. Yeah. Alles natürlich nur so Rang-2-Equipment. Man müsste noch eins zu Leuten hinzufügen. Aber eins hat es noch drei. Okay. Ups. Einmal zu viel B gedrückt. Aber nur einmal. Wie geil das aussieht, ey. Von der Ninja. Sorry. Noch mehr zu zeigen. Es gibt ja noch andere Sachen. So. Was denn noch? Hier haben wir halt dieses Helden-Headset-Replique. So. Ich gucke mal, ob ich jetzt alle Replique. Rüstungsjacke-Replique. Ne. Was war nicht so das richtige? Heldenjacke. Oh Gott. Ich glaube, dann ist das, äh, Helden-Hoodie. Ja, toll. Was ist denn jetzt? Was? Welches Set? Ach du Scheiße. Heldenschuhe. So. Das ist, glaube ich. Ist das die Rüstung von unserem normalen Einzelplayer? Ich habe keine Ahnung. Dann gibt es halt auch hier Rüstungsstiefel. Warte mal. Okay. Dann Rüstungsstiefel ist ein Set. Hier, ähm. Die, ähm. Rüstungsjacke ist ein Set. Und, ähm. Natürlich noch hier die Helden. Nein. Hier. Rüstung, Alter. Yeah. Auch richtig geil. Richtig cool. Mit so einem Fahrradhelm irgendwie. Mit Stauraum für die Haare. Oder mit der aerodynamischer ist. Geil. So. Dann haben wir hier den, ähm. Den Tintenfisch-Clip und die Tintenfisch-Spange. Das gehört, glaube ich, halt alles zu diesem, ähm, Schuloutfit. Ne. Warte. Das hier haben wir. Äh. Alter. Das sieht auch geil aus. So. Wo sind jetzt die Schuhbotten? Ja. Ich habe hier Schuhuniform. So. Ich habe Schuhkarriere. Schuhuniform. Ich hoffe, das sind die Richtigen. Ja. Voll. Hält sich auch geil aus. Und Tintenfisch-Clip. Keine Ahnung, dass ich das richtig habe. Och, man. Schon wieder einmal zu viel B gedrückt. Ich werde bekloppt. Ja. Das kann doch noch ein bisschen dauern. Ne. Wenn ich immer so feile. So. Also. Dann habe ich halt. Ich hoffe, ich habe das jetzt halt nicht vertauscht. Dann gibt es halt noch hier so ein richtiges Uniform-Ding. Mit auch anderen Schuhen. So. Dann haben wir jetzt hier die Stulpen. Schuhuniform nochmal. Ja. Es gibt einfach zwei Uniformen, oder? Schuhuniform. Und Schuhkarriere. Okay. Na egal. So. Das hier ist halt noch nicht dazu. So. Dann gibt es noch. Was gibt es denn noch? Aber ich glaube, ich kann das am besten an den Helden ausmachen. Was wir noch nicht hatten. So. Die Rüstung habe ich euch gezeigt. Die Tintel habe ich euch gezeigt. Alles gezeigt. Die Heldendinger. Ja. Und hier halten die Tintel noch nicht. Heldenkopfhörer. Ähm. Ups. Und dann noch die Heldenjacke. Ah. Das ist so, dass man noch in Bullspielen kriegt. Und die Heldenschuhe. So. Auch nicht schlecht. So. Geil. Dann hat man drei verschiedene Heldensachen. Ich glaube, das sind auch einfach die ganzen Upgrade-Stufen, die man so gekriegt hat. So. Dann ziehe ich mal wieder meinen Standardkram an. Ich habe euch alles gezeigt jetzt, ne? Müsste sein. So. Also ich habe hier die... Das hier sind meine geilen Botten. Das hier ist meine geile Jacket, Mann. Könnt ihr auch mal die Werte euch nochmal reinziehen, wie geil ich einfach gezockt habe, Mann. Und so. Okay. Dann würde ich aber sagen, Leute. Ja. Das... Das war es mit dem Let's Play zu Splatoon 2. Ein bisschen umfangreich. Vielleicht nicht so für jeden umfangreich. Aber ich habe euch an sich viel gezeigt. Und... Und hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Freude, für euch dieses Projekt zu machen. Und... Hups. 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 Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit dem Game. Und... Ich glaube, ich bleibe hier schön. Hier schön stehen. Ne, warte mal. Wo ist denn die geile Mucke? So. Ich bleibe einfach hier stehen. Leute. Splatoon 2. Over and out. Euer Luxeite Link verabschiedet sich. Und bedankt sich von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Bis zum nächsten Mal.